Hallo, 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 wer da geht's mit Splatoon, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part und heute zocken wir mit etwas geilen, wir gehen kurz drauf, wir gucken mit was wir spielen und zwar, wir spielen mit einer Waffe, die schießen kann, oh mein Gott, mit einer Waffe, die schießen kann, Kopf, Kleidung, Schuhe, bleibt gleich, ich kann auch mal im Shop vorbei gucken, wenn wir Bock haben, auf jeden Fall, gehen wir einfach zum Kopf, zum Kopf, zum Kopf, zum Kopf, okay, der Kopf sagt okay, was haben wir denn hier, für Hütchen, vielleicht auszuwählen, so eine rote Cap, auch nicht schlecht, die Äte, was steht da drauf, eine Wollmütze, hat auch Stahl, hat Zähigkeit, Endspurt, eine stylische Sonnenbrille, ja, so eine Cap, sieht lustig aus, nee, brauchen wir nicht, was haben wir hier, Waffen haben wir schon ausgerufen, haben wir halt die billigste von allen gekauft, war jetzt einfach nur am billigsten, was haben wir hier, für ein paar neue Sneakers, ein paar neue Sneakers, sind doch immer wunderbar, freut mich auf jeden Fall, dass viele so viel Bock haben auf das Spiel, ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf, aber ich werde jetzt elendig versagen, ich werde so elendig, oh wie schwul das aussieht, ne, wir gehen hier weg, ich werde jetzt, wir werden jetzt elendig versagen, wieso, weil wir jetzt elendig versagen werden, ach so, kommen wir gar nicht hin, wir gehen jetzt auf die Karte, genau, ich wollte schon auf, äh, zu Lobby, so, sehr gut, ich wollte ja schon Arena spielen, kann ich ja gar nicht, so, es geht los mit der Waffe, ich habe Bewegungssensor angestellt, möchtest du, ja, möchte ich teilnehmen, Bewegungssensor, das heißt, ich kann hoch und runter mich bewegen damit, ich bin gespannt, was das besser ist, schreibt doch gerne Tipps hinein, lieber mit oder ohne Bewegungssensor, womit bin ich denn noch schlechter, schreib's doch rein, oh Gott, ich bewege die ganze Zeit jetzt hoch und runter, das wird grandios, das wird super geil, so, Armfreiheit schon mal haben hier, damit hoffen wir jetzt Gas geben, Leute, jetzt wird geaimt, wow, jetzt wird richtig geaimt, jetzt wird richtig losgeballt, jetzt werde ich einfach nur alles vernichten, ich bin der beste Player ever, mit Gamepad und einem Shooter, ich kann nur gewinnen, oh Gott, es fehlen, wow, 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 so, wie das, alter, wie stylisch das ist, einfach mit dem Gamepad hin und her zu wackeln, es ist lustig, wenn jetzt jemand reinkommt, denkt sich, oh, what the fuck, der besorgt sich einen, holt sich einen runter mit einer, mit einer Wii U, oh, ja, ja, wie das, der ist da, ist ja, oh, normal, na, ich muss weg, uh, da war jemand, gegnerisch, okay, ich kann so ausdrehen, das ist schon mal gut, da ist schon mal jemand, alles klar, ich kann auch Bomben werfen, hab dir auch geschrieben, alles klar, weiß ich bescheid, oh Gott, 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 ich klinge es laut, ich klinge es laut, hüpft weg, na gut, ne, noch, ich lebe noch, gar kein Problem für mich, Leute, ich fall hier runter, läuft bei mir, wow, 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 erstmal hier mit klarkommen, erstmal hier mit klarkommen, ich fühle mich gerade, wie beim ersten Mal, und das ist fast das erste Mal, dass ich, oh Gott, wie lächerlich das ist, wenn man die ganze Zeit hin und her wackelt mit dem Ding, richtig lächerlich, ich glaube, ich stelle das gleich wieder aus, oh Gott, da kommt eine Ulti-Tot, Instant Dead, ich schreibe mal eins, cool, richtig cool, so, hier wieder hin, Leute, wir müssen auch Gegner töten, weil das ist natürlich Ziel und Sinn dieses Spiel, immer Leute zu töten, immer Gewalt ist die, ist die einzige Lösung in dem Spiel, deswegen immer Gewalt, so ist denn hier ein Gegner, oh Gott, ich komm gar nicht klar mit dem Bewegungs-Sensor hier, oh, hier fall ich runter, ich bin ja, ich bin ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ein Delfin, ich bin ja so ein scheiß Tentakel-Gedöns hier, muss ich hier rüberlaufen, sehr gut, so, wo sind denn die, wo sind denn die, da ist sie doch, hier, komm her, meine jungen Lady, wo sind sie denn, kommen sie zu mir, kommen sie zu Papa, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo bist du denn, wo versteckst du dich denn, bist du etwa noch hier in deinem blauen Scheiß, wo versteckst du dich denn, na, hier bist du, jetzt schauen wir nicht mehr, oh, Concentrations, soll ich das einführen, wo sind denn die Gegner, ich werde sie mal töten mal, jetzt habe ich den Kugelfisch bereit, was ist das, hier auf Bombe, eher, Ah, okay, das kann ich Bomben, Bombenwerfen, YOLO, zu wenig Tinte, ach, das ist meine Special-Fälligkeit, alles klar, kann die 90s neu, ist new, oder ist jemand, warte, jetzt geht's los, jetzt geht's los, warte, hab ich jemanden gekillt, ich hab jemanden gekillt, mit einer Waffe zum Schießen, Leute, oh Gott, oh Gott, wie das aussieht hier, ihr müsst gerade so stolz auf mich sein, Leute, ihr müsst so stolz auf mich sein, ich habe jemanden getötet, ich hab's, oh, ich fall da rum, und da bin ich tot, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich bin so geil, da oben ist jemand, ich komm nicht so weit, oh Gott, die hat ein Sniper oder so ein Scheiß, vom Ruhrpunkt-Visier, voll Schiss, wir schießen da schon wieder, geh mal hier hoch, da hinten ist jemand, das gönne ich mir, hol ich mir, ja, nein, ich hab aber gut geaimt, Alter, das war richtig gut, cool, so, gehen wir hin, zu den Kollegen auf jeden Fall, läuft, Leute, also ich, ich weiß, ich bin nicht gut, oh Gott, ich fliege da durch, überlebe ich das, ja, ich weiß, ich bin nicht gut, Leute, ich muss mich einspielen, ich weiß, aber trotzdem, oh, das ist immer, fuck, gar nicht gesehen, er kam von rechts, ist das Ding gewonnen, ich glaube, das ist verloren, das sieht nach verloren aus, aber ich gebe nochmal alles hier, ist das gewonnen, ist das gewonnen, ich hab einen Kill, ist das gewonnen, mit einem Kill, 1, 3 oder so, ist das gewonnen, gewonnen, komm, komm, ach, nö, das ist verloren, das ist Hardcore verloren, Boots, verkackt, 49% haben die, wir haben nur 847 Punkte, oh, nein, 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 das war gar nicht gut, was bekomme ich dafür, oh Gott, letzter, 1, 2, 4, die Blamage des Todes, die Blamage des Todes, egal, ich, ich, ich bin ein Aimer, Leute, Kampfvorsitz, natürlich, man darf nicht aufgeben, bei sowas darf man nicht aufgeben, ja, gut, ich war Level 6, ja, Level 20, und ich bin das erste Mal mit so einer Waffe unterwegs, das erste Mal, die sind ja alle gemaxt hier, ist hier kein System, kein Stufensystem, von wegen, ja, du bist Stufe 6, du spielst auch mit bis 10 oder so, ich spiele die ganze Zeit nur mit gemaxten Boys, okay, wenn es so ist, dann ist es halt so, ja, ich wollte mich halt fordern, die sehen sofort, Lasi, oh, das ist ein krasser, das ist ein krasser Let's Player, sehe ich sofort, das ist der Zuschauer-LP, der muss gefordert werden, der muss gefordert werden, mit 20er-Boys schon wieder, alles klar, dann werde ich gefordert, und dieses Mal hole ich mir den Panther, ich hole mir den Panther, ich gehe über A und hole mir den Panther, los geht's, Aim-Bot an, Wallhack, los geht's, mich kann keiner besiegen, so, Leute, lasst mich durch, ich bin Arzt, lasst mich doch nicht, ja, Abwingssensor ist, ist, ist gewöhnungsberuflich auf jeden Fall, ich glaube, der Klecksler kommt da nicht rüber, deswegen, oh, da kommt der da rüber, ich gehe mal lieber weiter, ich weiß nicht, wie weit er geht, ich glaube, der hat nicht die Todesrange, so, jetzt, jetzt komme ich von hinten, komm mal, angesneakt, was, was war das denn, der hat mich gewonshot, das war wieder so ein Sniper, glaube ich, zu mir, Leute, zu mir, oh, ich habe gerade null Chance, die lassen mir nicht mal hier irgendwie eine Chance, ich will auch ein bisschen üben, aber so kann ich nicht üben, wenn ich die ganze Zeit nur die Fresse bekomme, da pisse ich, oh, jawoll, 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 wenn geaimt, Sniper, 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 oh, Sniper, muss nix, Sniper, oh, weggesnippt, oder, weggesnippt, get out, er ist ja voll OP, ich komme nicht mit der Störung klauen, die steht da oben, mit ihrer Sniper, oh, OP, OP, immer diese OP-Sniper, ich will auch, was soll ich denn, Sniper, habe ich nicht gesehen, er war rechts, hu, 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 Lars, beruhig dich, bleib locker, rage nicht rum, ist alles nur ran, das macht man, wenn man schießt, die Waffe nicht so weit, oder was, kann der mal verrecken, dankeschön, gibt's doch gar nicht, gibt's doch gar nicht, ich stelle gleich mal die, aus, die Bewegungssensor, rotze, vielleicht bin ich damit besser, obwohl, schreibt ihr mal lieber, in die Kommentare, was besser ist, ohne mit, für so ein Anfänger, für mich, ich kann's nicht, ich gibt's doch selber zu, dass ich's nicht kann, du lass mich hoch, bin ich hier oben, hey, oh Gott, Sniper, oh, immer auf den Lauen, immer auf die Kleinen, hu, alter Schwede, oh, der gehört zu uns, ne, der gehört nicht zu uns, geh weg, frecke, sterb, das Bomben, der Tod, hab ich ihn erledigt, hab ich nicht erledigt, hab ich die ganze Zeit rummacken, hier mit dem Gamepad, unfassbar, schlecht, das Bomben, fuck, hier ist keine Titte, aufsammeln, hab ich jetzt bitte, schick dich, ah, fuck, ich hab's versucht, ich geb mein Bestes, Leute, aber die da oben, snap's halt alles tot, die kann das Spiel scheinbar, da muss man aufpassen, sollte die das Spiel können, ist böse, ja gut, mit 20 sollte man das auch können, mit 20, ich hab schon auch alle, mit 20, aber die snap's halt oben, alles tot, kann man gar nicht hin, kann ich da oben hinschießen, hier, Bomben, 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 ich komm gar nicht so weit, ich komm gar nicht so weit, egal, das ist wieder easy verloren, oh Gott, oh Gott, haben wir verkackt, schon wieder voll auf die Fresse bekommen, was hab ich, diesmal hab ich einen gekillt, 1,8, oder was hab ich jetzt für eine Glanzleistung bekommen, 1,5, ich bin nicht mal letzter, ich hab 427 Punkte, ist ja gar nicht mal so schlecht, das gibt's ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht, da roll ich lieber durch die Gegend, das ist viel einfacher, Kampffortsätzen, nein, erstmal nicht, denn ich möchte eben schnell, wir expexeln kurz, Option, seht ihr das, nein, Option, Bewegungsstörung, aus, x-Achse, Standard, Intensiv, Standard, Standard, passt, so, ist okay, ab zur Karte, nochmal ein Kampf, Leute, und dieses Mal halt, nochmal ohne Bewegungssensor, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, ich bin gespannt, lass mich raten, nur 20er Boys, Kämpfe werden gesucht, jetzt kommen wieder, jetzt kommen sie, 20er, ein 18er und 16er, aber, ist ja, holladivaldfe, wa, holladivaldfe, Stufe 6, Stufe 20, 16, 18, ist okay, Leute, ist okay, so, gucken wir doch mal, jetzt haben wir's, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich jetzt rocke, oder ob ich jetzt noch schlechter bin, okay, das sieht schon mal, sieht schon mal besser aus, das sieht schon mal einfacher aus, das sieht echt schon mal einfacher aus, ohne die ganze Zeit rum zu wackeln hier, mit den Händen, yeah, Halfpipe, das geht noch, fuck, das war schon mal, okay, lass ihn doch nicht mal die Chance, ne, was macht sie denn da, Alter, sie zünden erst mal ihr Gamepad, beziehungsweise an der Rotze, wir gehen mal in den Mittel rein, irgendwo da, los, sah schon mal besser aus, so, das sieht auch wie bei unserem Team schon mal geiler, oh Gott, wer schießt denn auch nicht, Bomben, Bomben, oh Gott, Alter, wer schießt denn, kommt von oben runter, so, ein paar Bomben rein, ja, ich aime, wenn das Tod ist, und ich treffe sie nicht, Alter, kann das sein, dass die da vielleicht keinen Range hat, schlecht, finde ich schlecht, ich gehe da, da hin, ich try die ganze Zeit, ich try's Leute, aber von oben wurde ich ganze Zeit das gespritzt, oh, in den Roller rein, das ist der Tod, das ist der Tod, und dann auch geschrieben, Lars, kauf dir unbedingt diesen und diesen Roller, der ist ultra krass, dann kaufe ich mir den nochmal, Speller, aber ich muss erstmal so viel Money und so viel Skill und so viel Skill, und der Good Skill habe ich nicht, weil es mal so gut so weit kommen, ne, da bist du echt, ich hab die Wolken gekillt, da ist noch jemand, aiming, aiming, komm hoch, ich komm hoch, oh Gott, zum Roller nach oben ist der Tod, ja, das ist tot, man sollte, glaube ich, nicht in den Nahkampf gegen so einen Roller-Typen gehen, aber ich hab's getried, wieso denn nicht, kann man mal machen, oh Gott, oh Gott, bin ich schlecht, Gott, der wäre mir noch dagegen, aber wer schiebt denn da ganz auf mich, von wo, von da oben, ich seh das gar nicht hier, ich kann mich gar nicht so schnell drehen, so, hin da, ja, ich hab mehr, mehr haben auch geschrieben, äh, Gott, 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 Bomben, nimm die, fress die, verreckt dran, an Schokobomben, jawoll, was ist denn los mit dir, Lars, das ist wie ein Sniper, ähm, oh, yo, Aiming, Bombe, das könnte sogar gewonnen sein, ist es gewonnen, äh, oder, ist knapp, die haben viel noch in der Mitte da, jawoll, wir gewinnen, wir gewinnen, gibt's da gar nicht, ja, ich muss mehr üben, ich weiß, ich werde mehr üben, Leute, ich weiß selber, ich bin schlecht, Leute, ich hab nie Erfahrung, ich hab noch nie Erfahrung mit Shooter und Gamepad, noch nie, deswegen, bleib locker, ja, bleib locker und geschmeidig, so ist das halt, ne, aber ich hab ja so mal Bock auf den Roller, ich hab ja so mal Bock auf den Roller, sorry, aber ich will den Roller nochmal spielen, weil ich grad Bock drauf hab, warum, weil der geil ist, ich find den irgendwie geiler, so ein Roller, die M kann vielleicht, soll ich einfach mal den Junior-Kleckser nehmen, und das verfahren, vielleicht ist der ja besser, ist so die Standard-Waffe, ne, Details, warte mal, Details, wo ist es hier, Details, jetzt halt die Todesfeuerrate, ne, soll ich die einfach mal nehmen, ne, ich roll mal, ich geh mal rollen, doch, ich geh mal rollen, was hab ich denn sonst noch am Angebot, kopfmäßig, ja, ist nicht so geil, ne, ne, walten wir den ganzen Scheiß auf jeden Fall, und gehen jetzt nochmal los in die Arena, nochmal mit dem Roller, ich hab mal Bock mit dem Roller, deswegen machen wir noch eine Runde mit dem, ich weiß, es ist eine Noob-Waffe, ich bin halt ein Noob, deswegen nehmen wir die auch, passt schon, in der Zeit springe ich ein bisschen hier, in dem Singleplayer-Spiel, was ihr leider nicht seht, auf meinem Pad, weil es lustig ist, find ich halt cool, dass so Minispiel noch dabei sind, während man wartet, ist das schon, schon richtig geil gemacht, ist ein richtig geiler Dorsch, so hier hoch, läuft bei mir, so, alle wieder Stufe 20, okay, 13 noch James, James, ich grüß dich, wie sind die beiden Lowboys hier am Start, passt, passt schon, so, geht die wilde Fahrt, ja, ja, färbelmöglich viel ein, mach ich doch, ich hab mal Roller, läuft jetzt bei mir, jetzt, jetzt geht's los, Leute, ich hab grad nur, ne, jetzt können wir wieder, was hat der denn für einen Anzug gehabt, gerade, was war das denn, was hat der da vor uns, was ist das, muss das so, Alter, ich find's halt, Roller ist so geil, tut mir leid, ich lieb den, ich lieb den einfach nur, oh, hier ist Wasser, hier kann man da gar nicht rein, ich kenn die Maps, alle, auswendig, naja, war okay, dieser Gary, alter, diese Gary hat so einen komischen Anzug, ich weiß gar nicht, was der bringt, ich hab doch gerne mal rein, was so einen Anzug bringt, wo es den gibt, und was man denn machen kann, wie auch so einen Anzug haben, so lustig aus, ja gut, erstmal muss ich's spielen können, erst dann muss man spielen können, bevor man sich spielen kann, was glauben will, so erstmal hier alles einfärben, die Boys haben wir alles ausgelassen, machen wir mit dir, ich bin halt Maler, vom Beruf Maler, sieht man jetzt, oh oh, hallo Boys, was macht ihr denn so, guckt hier zu, wie ich am Spiel bin, jawoll, oh, da waren zu viele, alter, wir kommen gerade in die Fresse hier, die Grünen rasieren uns, gefällt mir nicht, und Gary, du hast einen Anzug, Gary, so, nimm mal den ganzen Scheiß hier mit, lalalala, lalalala, Gary braucht Hilfe scheinbar, immer dieser Gary, verstehe ich gleich, dass Gary immer Hilfe braucht, hallo, fuck, hatte ich keine Tinte mehr, oder warum was, okay, der hat Gary ja zugeschlagen, fuck, 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 wir bekommen gerade der, aber auf die Fresse, und ich hoffe, ich bin nicht schuld, ich gehe mal bestes, mal bestes ist gut, ich gucke genug, aber, yolo, rein da, hab ich doch einen, was ist der, ich komme, oh, der Roller ist geil, wenn sie nicht enden können, ist der Roller geil, glaube ich, aber nur, wenn sie nicht enden können, kommy Jungs, lass mich durch, ich bin Arzt, oh, shit, Alter, die hat Todesbomben geworfen, egal, Insta, in der Insta-Bombe, Insta-Bombe, womit der Insta-Bombe gesprennt, ich glaube, ich habe jetzt schon, in dieser kleinen Runde, schon mehr gekillt, die gerade eben, oh, da kann ich mich hin, so, hier geht es weiter, sehr gut, eh, hier gibt es viel einzuferden, deswegen machen wir das doch, lalalala, lalalala, ich werbe gerne ein, wieso mache ich das, weil ich es kann, lalalala, oh, ich habe special Fertigkeit, ähm, nochmal hinballern, läuft schon, sehr gut, Vibration des, oh, da komme ich mal von oben, da komme ich da jetzt hin, oh Gott, ich gucke es laut, der Slow des Todes, egal, passt schon, schaffen wir das noch, das könnte, mit gut Glück, sogar noch ein Win sein, also, wo ist er denn hier, mit gut Glück, könnte das ein Win sein, ist das noch ein Win, ist das ein Win, das sieht gut aus, oder, oder doch nicht, ne, ich glaube nicht, das glaube ich für die Grünen, ja, ja, die Grünen haben gewonnen, egal, ich habe ein paar Kills geholt, ich habe ein paar Kills, Leute, ich habe ein paar Kills, und das gefällt mir auf jeden Fall, das, 3 zu 5, 3 zu 5, Leute, das ist ja fast, schlecht, das ist schlecht, aber egal, das war es von der Runde, beziehungsweise von Splatoon, ich muss üben, 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 ich weiß, und, äh, ja, würde mich auf Kommentare freuen, würde mich auf Likes freuen, das war es mit einer Runde, wenn es euch gefallen hat, ne, wisst ihr Bescheid, bis zum nächsten Mal, seid ein Haufen, super netter Boys, reingehauen und, tschüss.